Musik Riechen, riechen Ich steh auf Es kommt Mit dir Achtung Aufpassen, auf drei Uhr Er ist am LKW Alles klar Gesäubert, alles klar Tarnung fährt hoch Kontakt, ein Schütze Vor uns Noch einer mehr Rechts von uns Vier weitere Gegner Auf drei Uhr Klar zum Feuern Die schauen zu dir, pass auf Feuer Checkt die rechte Seite Schaut nach rechts Halbwein Die Absicht in Denkung Sie sind unterwegs Geht alles, vorne Spannfeuer Schieb erledigt Nein Komm Komm zurück Komm Wir müssen Gegner Komm Gegner tot Schieb erledigt Aufpassen Das war uns aus dem Ruder Denkung, ich gehe los Feinde, drei Uhr Auf der Treppe Womit haben wir es zu tun? Leichtes Maschinengewehr Wir müssen das in den Griff bekommen Wir müssen das in den Griff bekommen Sie gehen in den Griff Sie gehen in den Griff Die können nicht weg Sie können nicht weg Alle Teule Einen Gegenteil Na alle Teule Erdicht sie los Ach, Gott Boah, es ist manchmal so beschränkend, ne Direkt vor Ort Auf 12 Uhr! Yeah! Gleich haben wir sie! Absatz-Granate! Tone! Feind auf 12 Uhr! Ziele erledigt! Auf den MG-Schützen! Weiter! Ja? Und diese X-Ray-Optik Das ist schon ganz praktisch Kein Schuss, ein Spröseln fehlen Einer erledigt! Das war's, alles sauber! Das war's, alles sauber! Da, aus Schalken! Ladung, Platz 4, weg hier! Genau! Ausziehung! Verstanden! Wir gehen nach Osten, in Richtung Fluss! Alles klarer! Bodentransport ist 4 Meilen entfernt! Bis später! Ende! Tempo! 4 Meilen, ey! Wir gehen da durch! Verschnaufpause, Ghosts! Aber achtet auf eure Sektoren! Ah, kleiner Friedhofsbesucher? Cool! Wir gehen nach Osten! Wir gehen nach Osten! Wir gehen nach Osten! Das war's! Okay! Wir gehen nach Osten! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Der Krieg ist in der Krieg. Ich wünsche Ihnen Ihre Hilfe. Ihr ist unser Geroi, Herr General. Wir werden Ihnen nicht beurteilen. Wir können los. Gut, ich brauche ein Bier. Ich zahle. General Duca sagt, dass Feind Einheiten in diesem Bereich patrullieren. Seid warm. Verstanden. Ab nach Hause. Vorsicht! Scharfschützen! Toll. Bingo! Super! In Deckung bleiben und durchkämpfen! Geh in Deckung! Oben auf dem Dach! Einfach in der Stift! Ich klippte fest! Ich boxe nicht aus! Schnaufe aus! Ich verstehe! Okay! Wir bekommen es in den Griff! Gegner! Drei Uhr! Sie sind auf dem Dach! Was erwartet uns! Auf den Scharfschützen! Roger! Schaltet den Schnaufe aus! Verstanden! Sie sind fest! Los macht der Druckbänner! Los macht der Druckbänner! Los macht der Druckbänner! Es ist aus wenn wir das Blatt nicht wenden! Bei der Dachers! Bäm! Geh nicht! In your face man! Die Sache hier entgleitet uns langsam! Zwölf Uhr! Deckung bewegt mich! Ich bin festgenagelt! Halt durch! Ich bin unterwegs! Vor uns! Setze Drohne ein! Wir müssen handeln! Super! Links! Achtung! Aus den Scharfschützen! Verstanden! Ich halte sie am Boden! Ziel erledigt! Na komm her! Schöne die Typen aus oder wir sind erledigt! Lade nach! Ich halte sie am Boden! Cool! Lauf in Deckung! Mist! Sie stationieren mehr Artillerie! Nicht mehr lange! Sie müssen fest! Direkt vor Ort! Wenn sie verplastet sind wir tot! Sie sind getroffen! Sie haben Pfeffer! Auf das Ziel! Ich verstehe! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Getroffen! Sie kommen! Alles musst du da machen! Wir müssen das unter Kontrolle bringen! Aufpassen! Auf 3 Uhr! Das! 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 Zornos! Mutti 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 Mutti! Es wird zu heiß die Dekkon! Lockpen! Хuff Alles klar! Kral auf 9 Uhr! 1 hüsten! Möchten Sie kommt von hinten links! Sie drohnen im Sch perm! Achten Sie kommt von der Seite! Mitμísgerät aus der Kontrolle! Punktant von vorne! Schnell, helft mir, Junge, wir dürfen sterben. Gehe in Deckung, auf 3 Uhr, bin getroffen, selber getroffen, wenn wir nicht ein paar von den aushalten, schaffen wir es nicht, ich bin getroffen, auf 3 Uhr, Gegner mit Sturmgewehr, ich bin getroffen, getroffen, das wird wieder, bin dabei, wenn wir jetzt nichts tun, sind wir tot. BAM, 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 Wurf und Dicks, so. Was ist denn da, ihr noch? Das soll es erreichen. Boah. Weiter, der Fluss ist da vorne. Das ist schon schwer herauszukommen, als da reinzukommen, hey. Tarnamester, wir folgen dem Fluss. Boah. 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 Ah, ich bin wirklich, ich habe vielleicht mal meine Drohne da wieder mit auf, nehmen sollen, also refreshen sollen. Ah, bis schon blöd, na ja. Müll oder was? Wie kann ich die so schnell rennen? Was ist denn da los? Das ist so spott sehr ungünstig. Da sind Truppentransporter. Die Straße führt sie direkt in den Rücken, weil sie eine Reisung hat. Wenn die das schaffen, war alles, was wir erreicht haben, umsonst. Schätze, du kannst die nicht einfach anrufen und warnen, hm? Hm, da schulde ich dir wohl noch ein Bier. Macht sechs mit den fünf anderen, Pep. Ja, ja, dass wir den armen Generälen immer helfen müssen, ne? Kontakt von V. Wie viele siehst du? Sieht aus, die zwei Schützen. Noch ein Gegner. Ja, bei der Scheine. Ach du Scheiße. Noch mal vier Gegner. Genau vor uns. So, fangen wir jetzt an. Sag mal, auf dein Signal. Und das ist Nummer drei. Auf dein Kommando. So. Bist soweit? Bist soweit? Bist soweit? Bist soweit? Bist soweit? Bist soweit? Bist soweit?! Bist soweit? Direkt vor uns! Bist soweit? Ziel erledigt! DIRKT AUCH! Bist soweit! Bist soweit? Ich bin sicherren thrallot. Bist soweit! Bist soweit? Gegner auf der Treppe! Gekroß, ich bin getroffen! Fassi ist kampfunfähig! Achtet auf die Sanddecke! Ich bin getroffen! Getroffen! Los, Goats, an die Arbeit! Auf der Treppe! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Pepper verwundet, er ist getroffen! Ich bin getroffen! Getroffen! Langsatz, wird langsatz! In Bewegung, Deckung! Im Gebäude! Ich bin getroffen, helfen wir! Wir sind... In Deckung! Trifft uns, ich bin getroffen! Das darf uns nicht... Nehmen Sie gegen ein Kämpchen, aber wir hätten Freude mitbringen sollen! Das kann nicht gut gehen. Mich hast er dicht, ich bin getroffen! Sieh, wir sind ganz einfach. Ich bin getroffen! Ah, ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Getroffen! Wir müssen hier aufdrehen! Mich hast er dicht, ich bin getroffen! Hinter uns! Treppen, oben auf der Treppe! Ich bin getroffen! Okay, ich mach das! Ah, ich bin getroffen! Sie ziehen los! Stimmt, sieh aus! Wenn die Machen hat, dann kass uns! Ich schaffe dich, ich bin getroffen! Darum, um den Balkon! Er trägt ein leichtes Entgehen! Bin getroffen! Darum, den Balkon! Wir sollten grad gehen, und passen uns, die Machen! Weiter gehen! Geh in Deckung! Ja. Sie beginnen zu machen, weiter so! Auf drei Uhr! Drauf an die Seite! Da oder fliegt! Fängst von euch! Sie sind oben auf dem Dach! Halbmählich, das... Das war nichts, das war jetzt aber gar nichts. Das war ein Headshot. Weniger! Tor! Sturmte der! Da! Ich hab' den Arsch geschossen. Lade nach! In Bewegung! Deckung! Komm! Auf drei Uhr! Beide trümmern! Ziel erledigt! Das ist so doof! Sie kommen nicht weg! Sie kommen nicht weg! Zwei Uhr! So! Er ist tot! An der Schafe! Geschützt! Achtet auf das Geschütz! Wir schaffen das! Nicht übermütig werden! Boah! Unterwegs! Sie kommen von rechts! Rechts! Gegner an der Scheune! LFG! Habein! Habein! Geh in Position! Gegner tot! Schlehe unter Beschuss! Halt den Kurs bunten! Ich komme! Achtet auf den Balkon! Leuchtes NG! Das ist eigentlich kein Display, finde ich, ist eigentlich irgendein Schmeig! So! Weil ich hier wirklich spürst in den Zwischenpausen, das sagen kann, ansonsten die Verrücker steht! Nimm ich hier jetzt mal! Aber das muss auch nicht sein! Darum bin ich jetzt etwas ruhig, oder bin ich allgemein etwas ruhig, tut mir leid! Tarnung, aktiv! Ein Gegner mit Sturmgewehr! Durchkämmen den Bereich! Lade nach! Da ist noch einer! Hinter uns! Oben auf diesem Balkon! Hä? Drei weitere Gegner! Zu unserer Linken! Da ist noch einer! Zwölf Uhr! Bin gleich da! Da ist noch einer! Auf zwei Uhr! Da wohne fliegt! Oh, das kommt einfach dann so aus! Auf dein Signal! Auf dein Signal! Der war mal! Jetzt ist sie aufgeschockt! Achtung, sie ist nie los! Hau! Schönen Sie das! Ich hatte sie am Boden! Ich bin unterweg! Ich bin unterweg! Panzer, Panzer! In Deckung! Drei Uhr! Es ist ein Panzer! Er ist tot! Der kraft für den Kallern! Hat jemand? T4! Negativ! Der hat die Mauer eingerissen! Zölfötchen! Boah. Los. Geh in Deckung. Halten Sie Köpfe unten. Lade nach. Overlord, wir haben Probleme. Wir brauchen Luftunterstützung. Halten Sie durch, wir finden was. Checken Sie schnell, sonst war es das. Wir sind allein an die Arbeit. Zeugen wir es Ihnen, Jungs. Wir haben es in der Hand. Auf 3 Uhr. Da auf den Barton. Gegner mit einem Sturmgewehr. Boah, Leute, ich kann nicht nur, dass du raus schießt. Geradeaus. Es ist fest. Please get in Deckung. Es ist festgenagelt. Achtung, wir sind auf den Dumpen. Hunter, Prox-Unterstützung im Anflug. Wiederhole, Jäger im Anflug. Ankunft in einer Minute. Alles klar. Für euch früher sein. Feier um 9 Uhr. Gegner auf den Barton. LFG. Harbein. Alles klar. Sie kommen von links. Wir brechen durch. Wir werden überrannt. Fallen Sie aufräumen. Seid zu stehen. Achtung. Achtung auf links. Ziel erledigt. Blick, Achtung. Ziel erledigt. Auf 3 Uhr. Ich komme jetzt. Bewegt mich. Gegner erledigt. Abschluss. Link von mir. Nach oben bei dem Punkt. Verbein. Sperrvoller. Nichts nachlassen. Die sind am Ende. Können Sie sich direkt vorauf? Sie sind nicht unterwegs. Blindgranate. Auf 3 Uhr. Auf 3 Uhr. Auf 3 Uhr. Luftunterschützung in Reichweite. Den Panzer markiert. Link. Link von dir. Bitte runter weg. Runter. Runter. Hunter. Hunter. Hören Sie mich. Oberlord. Es hat gewirkt. Hunter kommt rein. Jetzt sind wir quitt. Das ist wohl nicht mehr zu machen. Schade, dass wir das nicht auf Video haben. Ja, Leute. Das war Virgin Hammer. 92 Prozent. Lief relativ gut. Ähm. Qualifiziert, ne? Kann man mal sehen. Ja, das war es erstmal von Ghost Reak hin. Wir sehen uns dann unser nächstes Mal wieder. Und bis dahin. Haut rein. Und ciao. Tschau. Tschau.